also irgendwie sind die dankrat größten ehrenmänner wenn man den high sagt sagt die direkt zurück und lassen sich in ruhe das geht oder was ja cool hatte ich bis jetzt noch nie ach das ist aber ich auch schon was das ist von genji so alles klar also du bist schon drinnen mit ja ich kann aber noch mal raus wenn du magst ne pasche das team besteht aus den geilsten leuten ohne witt bist du jetzt nicht mehr drin in der merge doch doch er hat sich nur in die gruppe eingeladen das team besteht aus einer level 92 begitzt level 44 den jahre und einem level 209 mcg und irgendwie dass man alle selber machen muss und wie habt ihr den rachzüchtigen gast geschafft mit welchen hellen also es war sehr knapp aber dünn ich war mccree war glaube ich dann hatten wir noch den jahre mit haben wir dennoch die anderen beiden weiß ich nicht mehr ok er war nicht gerade gemerkt ich habe jetzt die letzten tage gemerkt dass eigentlich einer dumm ist wenn man torbier im team hat weil da bringt dir das einschliffen der gegner überhaupt nichts wenn das mit der bio granate ist auch nur jetzt nur so halb effektiv aber es ist eigentlich ganz gut ja vor allem mit dem schaden den er macht für den heiler ja und er kann ganz easy eine heilkugel auf jemanden werfen und der wird dann die ganze tendenz sind kalt was ist stärker der hammer oder das schwerer der hammer ist mehr als nur eine sache und mit seiner ulti kanal hat auch die leute kurz und vorwumpel machen ja ja eine dunkle präsenz schicken wir mitte ach man ich bin ich in blieb gerade ach egal du darfst vielleicht verabschieden gehen was dieses nutze ist meinem au ist meiner ulti ausgeblieben krass ich glaube ich versuche jetzt auch noch mal den rechtssichtigen gest das mit dem schnellere gegner hast du schon gemacht ne ok und tatsächlich ich halte insgesamt vier halloween boxen immer war die konstellation drei graue ein blaues außer am ende da hab ich äh da hatte ich noch einen wieder mit zwei graue und ein blaues ok jetzt sind bei mir und nur grau und blaue hm da ist nochmal in der post kommen mit meiner ulti raushauen ich glaube ich das erste mal dass ich einen link in der modus geschafft habe war doch noch knapp schau mal wie das funktioniert oh die wikinger waren die größten schatzjäger aller zeiten die wikinger hatten es nie mit mir zu tun so dann sollten wir wieder meine ulti aufladen für den nächsten boss also wir sind das der drache den armen abgemacht und das Auge boom oh nice wow oh da ist schon jemand rausgegangen Hoopa, wirklich. Ähm, natürlich der Torpion! Komm schon! Manolty, manolty! Manolty! Oh, bisschen zu früh. Aber egal. Und ich muss schnell wieder aufgeladen werden, wenn ich gleich um die Geräte ziehe, wie man kann. Aber letztendlich fiel auch Sie. Das Schloss war verloren. Okay, wenn die nicht, dann nicht meine Kids klauen! Gefährliches Fahrrad. Okay. So, jetzt gibt es gleich eine schöne Fließerei. Ach, das ist jetzt schon wieder neu. Okay. Ah ja, was? Hm. Willkommen in Oasis. Nein, du hättest eigentlich nicht, du schwein. Komm schon, die letzten Aktionen, verdammt nochmal. Jetzt doch! Was? Nicht mal das? Perfekt. Habt ihr das schon geschafft? Ja. Schön. Willst du es mal mit mir versuchen? Und wieder drei graue und blaues. Holy shit. Ich glaube, ich versuche das jetzt mal mit dem Auto, wenn das sonst jemand nimmt. Oh, einer ist straight da rausgegangen. Jetzt muss noch einer rein kommen. Jetzt muss noch einer rein kommen. Wie lange spielst du jetzt schon, Overwatch? Äh, meinst du insgesamt oder heute? Heute. Äh, wie Uhr haben wir? Alter, so spät haben wir schon? So spät ist ja alles gut gesagt. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie mit, äh, ich glaube, ich habe irgendwie um ein oder zwei Uhr angefangen. Okay. Alter. Ich dachte, die hatten schon irgendwie 15 Uhr oder so, aber nicht, dass die 16 Uhr Abend. Ja, ich bin so um drei nach Hause gekommen. Kurze nach drei. Ich mag diesen Kürbis-Skin von Dingen. Wrecking Ball. Aber ich denke nicht, dass ich ihn mir holen werde. Warum hat sich der eine jetzt für Tracerum entschieden? Oder war das ganz schön? Ich glaube, der eine wollte, äh, am Anfang, äh, Baptiste spielen und, äh, hat sich zu Tracerum entschieden. Allem ihnen das Leben auszusaugen, wie sie zusammen erkannt waren. Ja, über mir regnet. Nur selten wurde mein Pfad von einem solch heiteren Krieger wie dir gekreuzt. Wenn du so viel gesehen hast wie ich, dann lernst du entweder darüber zu lachen oder du wirst verrückt. Oh, hallo. Oh, hey. Au. Nein, du hast nicht meine Aufmerksamkeit, Reiner. Also, das ist ja das nächste Mal getötet. Los, mach mal. Oh, ja. Das ist ja gut. Ich bin sehr, wie sie jetzt verliert. Ich bin sehr, wie sie in der Gegenwart ist. Ich bin sehr, 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 sehr vor allem. Alter, die Pläne raus. Ich hab Berüchte gehört, dass du einen Kacken erschlagen hast. Noch nicht, aber das werde ich. Watt? Okay. Ja. Hallo, Le. Waa! Hey, Le. Ahoi. Ahoi. Kein weiterplaniert. Oder ihr gesagt, falsche Zeit. Das ist immer dieselbe Begrüßung von mir. Wir sind keine Piraten. Sicher? Keine Ahnung. Ich verstehe diese Welt schon seit Jahren nicht mehr. Ahoi. Aua, diese Mistböcke. Die machen mich hier fertig. Ja. Kann man nichts machen. Doch, meine Teampartner könnten gut spielen. Team for me! Lade spielen. Oh, für Senator habe ich noch kein Highlight-Intro. Für was? Für Senator. Ich habe für jeden ein Highlight-Intro. Dafür habe ich gesorgt. Das ist mir nicht zu wichtig, ich spiele ja nicht jeden Helden. Alles klar, die Ana hier hat einen Schaden in meinem Gegner-Team. Die boostet einfach mal ne Mercy. Ey, wenn's ne Battle Mercy ist? Äh, hat sie. Äh, ist eigentlich nicht so. Die hat eigentlich die ganze Zeit geheilt. Okay, das war dann wirklich ein bisschen von... Wow, war mit dem Scheiße. Ich hasse diesen Move! Was? Rotog packt mich und zieht mich an den Rand, sodass ich ins Wasser falle. Also, ich spiele gerade auf der, äh, Dingens-Map, auf der russischen Map. Ah, das. Oh, genau. Äh, die Maps sind immer scheiße nervig, gerade wenn du schon noch mit der Bar ist, hätte ich jedes Mal wegbummst. Okay, ich kann deinem Match nicht beitreden, Herz. Ich kann dich nur in die Gruppe einladen. Ja, ich bin sowieso jetzt, äh... Machen wir dann jetzt... Hä? Vielleicht könnte das funktionieren. Ähm... Machen wir dann wieder klassisch, oder, äh, normal? Schnell sogar. Warte? Ich wäre eigentlich eher so jetzt irgendwie... Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie so Credits-Farm. Ja, es ist halt wieder die neue wöchentliche Belohnung, äh, mit drei Loot-Boxen. Echt? Ja, ich weiß, das habe ich schon. Ja, du hast es schon, du spielst es schon seit Einzug oder so, aber ich komme erst jetzt dazu, Overwatch zu spielen heute. Bei mir endet, äh, endet der, äh, Sombra-Skin erst in drei Stunden. Ja, das ist normal. Ähm, nee, nee, die wöchentliche Belohnung, äh, ist, äh, schon früher abgelaufen. Das sind mal Kader, die drei Loot-Boxen. Ach, die Dinger, okay. Äh, die Herausforderung, äh, oder Events laufen normalerweise immer bis 20 Uhr. Ah, okay. Ja, dann erst mal Schnellsucher. Erst mal Schnellsucher, okay. Also klassische Schnellsucher. Ich finde das verwirrend, dass die nahezu identisch heißen. Ja, beim einen hast du heute freie Rollenauswahl und bei einer anderen musst du dich auf einer Rolle festlegen. Warum Tracer? Ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Wahl. Nee, herzlich von rechts. Ein Baum. Ja, ich glaube, das ist nicht die beste Wahl. Eine dunkle Präsenz schien in ihrer Mitte. ja hörst du das machen arbeiten ja ich habe heute auch noch gearbeitet kurz was gegessen und jetzt wieder auch schon gemacht kurz darauf bist du dann in die partie gekommen als das hat dann sie so ja kam nicht wirklich viel zu heute was zu machen verpiss dich ja keiner trifft den schockreifen das ist immer die beste voraussetzung um ein herausforderungsermission zu verkacken ja und da ging die zum nix durch und haben das tor zerstört aber sie konnten und seine schöpfungen nicht aufhalten die burg fiel und die verteidiger wurden getötet Dr. Junkenstein hatte seine Rache zum Glück ist nicht der auch hilf mir so nur einfacher da will ich eher an die lootboxen kommen als das hier mhm bei dem gesteht gefühlt man da und kriegt jetzt das highlight mhm in den Junkenschein Modus empfehle ich euch McCree der ist sehr gut gegen die Bosse wir hatten McCree wir hatten äh dann noch Ash und äh Tracer und mich äh ein Kumpel meinte von mir dass äh Ash und Velomaker zum Beispiel äh überhaupt nicht gut sind in dem Modus Velomaker ja ich äh meine Ash kann halt richtig Schaum machen wenn sie trifft äh und zudem ihr Bob holen das ist dann so ähnlich wie ein äh äh Geschütz von Torbjörn nur dass es halt äh nur kurz da bleibt und äh massiven Damage macht oh das ist doch ein nervig Schatzgegner scheiße wie die Tür noch äh ein bisschen alleine ach so ok gut gut ähm muss noch so viel Credits fahren weiter vielleicht hast du Crick aus den 3 Loot-Boxen die du äh freischautest oder mehr nicht so oft je nachdem äh wie viele Level-Ups du bekommst ach und auch schon aufs Tür ich bin weder ordentlich Cash oder Direktskin wie lange hast du jetzt noch Genshin gespielt? ah wie lange ich weiß nicht ein bis maximal zwei Stunden ist es so lange was das nicht ne nur eigentlich nur eine Stunde überhaupt so da suchen wir gar nichts ich dachte wir so ich bin Captain ich dachte du bist da ich dachte wir wären gerade schon nix bei der Suche ich bin dumm oh und oft rutscht mein Achse ich meine Radiee auf nein doch sch und wie das wetter bei euch so normal also ist so weder noch bei mir scheiße naja bist eh drinnen in der wohnung ist mein ernst ist doch da egal was ich spiele draußen wie draußen unter scheiße definiere ich normalerweise also normalerweise würde ich das jetzt als gut bezeichnen weil das ein grund ist dass ich nicht raus muss weil bei mir regnet gerade hast du es schön ja nur dass der andere heiler der bei mir ist der hier im team ist gerade so wie es aussieht auf k ist lol ich feiere mein leben auf die wüste ja läuft hat anscheinend gerade zeit hallo an den zuschauer und morgen versuche ich in zwei stunden stream mal sehen ob ich das wirklich bis zum ende durchhalte was spielst du morgen und nach zehn stunden ist es abgepackt ich zeichne ach so und dann abends mit einer freundin letzten stunden ich will leben ich will leben ich will leben wo zum teufel ist die andere würde ja wenn er sich gerade nicht selbst sein kann ja wenn er sich gerade nicht selbst sein kann äh tut sich wohl schon nicht selber feiern wenn er seinen ring da aktiviert ja das riss meine rakete rausschett boah kommt von dieser scheiß affe der affe muss der affe muss zupriert werden zupriert jetzt genau zuprieren oh reaper auau au au neiiiin mein dinget alter ist das sogar ganz für die letzte andere schließe komm 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 mach schnell baby wie lief eigentlich gestern noch der stream gechi Wenn ich so kurz wie ich reingeguckt habe, habt ihr eigentlich gerade erst angefangen. Das ist meine Kanonenslampe! Ha! Ich weiß. Ach die macht auch gerade ihre Ulti interessant. Au! Ich seh dich, du kleine Schlanker! Mann, f*** dich! Alles klar! Red X-Mode ist direkt aktiviert! Das hab ich gebraucht! Warum schießt du die Blut weiter? Oh Gott. Das ist ein Problem. Die Feinde von Talon werden fallen. Ja, ich muss eine Runde spielen, dann kann ich das nicht. Der Highlight Intro hoch. Hä? Ich hör auf den Reaper, aber seh ich nicht. Das ist ein Tick. Okay, der andere Lutscher hat auch die Ulti gemacht, passt auf. Das Team ist ganz sicher. Okay, der hat auch in die Konsultije. Ah, was ist das überhaupt? Ich verheirat mir. Ah, der euer Typ. Kackhaufen! Was geht, Bro? Lange ich mir gelesen! Wie ist das? mein team ist ja super level 6 sigma aus heiland die nicht mal über level 25 sind es können ja auch nur sein es sind moira und sinjara und moira ist geil und ein level 6 sigma glaub mir du würdest dich auch über das team aufregen ich schreck mich über alles auf also deswegen ja nein da habe ich schon eine bubble bekommen da wurde die so schnell zerfickt guck mal das können wir doch jetzt nicht auch in letzter sekunde verlieren naja doch leider komm komm baby komm nein 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 wach hinter mir was war der scheiß Wir waren zu gut. Ah, jetzt dass die Mora kommt zu Ding und sie wechselt die Mora hier. Ich danke dir. Pardon. Ich wollte das in Jahrzehnte Mora, sie wechselt die Mora. Shit, er hat er gern. Immer wieder. Die alle mit dem Helloween Scans. Okay, bis auf... Zarya und Mekui. Okay, ich will schon mal die erste. Ach, da kannte es auch jemand. Zumindest habe ich einen der Heiler vernichtet. Wow. Fick dich, Mekui. Ich hab Reaper. Ja, das war sehr gut, Somba, du sollst auf mich. Erst unsere Somba, einen kleinen Piss-Naleser. Oh oh oh.. Oh oh oh.. Kann durch dieuta an! Kann doch tief gehen! Stehen, komm zurück. aber unsere sarja deckt mich echt gut alter ja komm wir gehen kuscheln wieder nicht weiß was er zu tun hat was sind die gegner ich seh die nicht ich glaub die versammeln sich grad wieder aber was meinst du mit hubigeji was sind die kleinen peter sehr schön ach so unsere sarja hat das gemacht ich fühle mich auch sehr oft im leben falls du das willst danke das helft mir ein bisschen einfach so fährt die lehrer meinte mal zu mir was viele bestimmt nicht wissen das leben ist nie fair ich dann so doch doch das weiß ich ok alle haben wir gehen ein süder mann fick dich lieber wie fair ach so du hast so ein boden staubsauger alter du bist ganz schön verwöhnt große wohnung boden robo staubsauger ja läuft bei dir ne auf mediam dumpf ist er ist so eine nervige und wir haben so ein moment normal die stunde hat geschlagen ja das stimmt so das war eine schnelle hinweg zu sehen ja was ist los hier sag mal hallo hallo im chat also kackhofen weiß ich wer ist der rest was wie viel hast du jetzt äh mein mein handy sagt fünf und ich versuch's grad zu verstehen oha mein handy sagt eins ja ich frag auch was so ab da geht aber kackhofen wie waren deine letzten wochen ach rennen was geht alles gut willst du auch mit dazu kommen zum zocken oder bist du auch auf dem heimweg fünf vier drei zwei eins ups was ist das da schön nach vorne gestimmt ah ok ja aber als das ding noch zu war das war unklug ähm hast du denn mal wieder versucht zu streben äh rennen oder sagst du grad so ach kein Bock das ist mein punkt geht weg danke schade nein 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 es war ja jetzt schon mal ein bisschen schwierig neben arbeit alter genji du kleine murdchen Das ist doch mal der Kanon! Wenn du schon nervst, danke. Ah, nein, nein, nein! Ich bin gerade selber dumm! Ich bin gerade selber zu dem Brunnen gelaufen! Nein! Das war richtig dumm! Ich? Warum war die langweilig? Ja, komm, geht drauf! Ja, fern an mir vorbei, hauptsache ich krieg mir einen Mega! Nein, die haben jetzt einen Bastion, pass auf! Bastion? Ne, Torbjörn haben die. Ja, die haben jetzt einen Bastion im Gegner zu ihm. Torbjörn haben die. Er ist an der Ecke stehen. Torbjörn. Oh, komm! Ich hab hier jetzt noch schon gekriegt. Das ging aber schnell. Was? Warum hast du nur geschlafen, Madame? Hast du wenigstens für mich mitgeschlafen? Hans, schick dich, Bastion, du kleine Kent-Moschi, Alter. Das ist, äh, Torbjörns Geschütz. Nein, 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 nein! Schick dich, Lucio! Oh, du hast auch noch geschlafen können. Aber schlafen ist was Gutes. Mach dir immerhin einen Schlaf. Nicht so wie gewisse andere Personen. Alles klar, die Würde wollte mich jetzt vom Spawnbereich abfangen. Tja, nicht mit mir. Oh, das wird jetzt richtig... Oh, scheiße. Ja, das ist ein Dreckswechsel-Rennen. Das ist richtig mies. Ja, nein, 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 nein! Ja, nein, nein, nein! Das filmen wir echt noch. Kann doch nicht wahr sein, oder? Au, scheiße. Ja, ich bin grad noch rechtzeitig rausgegangen. Boah, Alter, fick die Schnutzel, du kleine Mutti! Die hat nichts mehr gemacht. Ja, ich bin noch drin, aber nicht mehr lange. Ja, jetzt bin ich tot. Boah! Hallo, Alan! Was geht? Und es freut mich, dass du alle meine Omos grad mit einmal gedraught hast. Ja, ich bin tot. Viel Spaß, Geishi. Oh, haben wir noch eingenommen. Oh, du bist wieder eingenommen? What the fuck? Lol. Ich wurde grad von Tracer und Reaper gejagt. Wie konnten wir das jetzt annehmen? Wie konnten wir das jetzt annehmen? Geh drauf, geh drauf, geh drauf, du Schlampe! Nein, ich bin tot. Tut mir leid. Oh, aber die Wechsel hört sich echt scheiße an und dann. Aber ich muss sagen, ich hab auch keine Ahnung, wie nächstes Monat wird. Ob ich arbeite, wie ich arbeite. Ob die Schichten so beschissen werden, dass ich eigentlich nur tot zu Hause hänge. Komm schon, Heightetest, Baby. Ich bin gleich da. Ja, also die Zeit läuft ab. Solang die jetzt nicht einnehmen, haben wir es gewonnen. Ach, komm. Mir ist klar. Reaper hat gerade auch seine Ulti gedroppt. Ja, also... Wird schwerer geht. Ja, gönnt er dir den Urlaub, mein Lieber. Ach! Ich hab meine Ulti gleich voll, aber bis dahin... ...das zu halten wird schwierig. Bin grad wieder auf dem Weg, bis da bin, sollte die voll sein. Wir haben keine Zeit mehr. Hier steht mein Name drauf. Oh, Alter, wie sich wieder alle auf mich stürzen. Ich hab doch mit kleinen Motto nicht. Das ist unser Punkt, nehm damit. Ja, 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 ja. Ja, wir haben es noch gewonnen. Ja, wir haben es noch gewonnen. Wuh! Das war... Sieben? Los betäuscht, Leute! Warum hab ich den Watcher? Wenn du gerne es sehen wirst. Aber... hä? Seit wann läuft auch Watch bei mir gut? Seit wann geht es jetzt immer nur so zwei, drei Leute, die dauerhaft gucken. Ja, einer ist kack gegangen. Ist okay, Bro. Ja, ich weiß. Das Lautsein ist in diesem Fall sehr vorteilhaft. Deswegen war es genau. Und was wurde dann geschrieben? Renn meinte grad, wir hören dich gerne schreien und fluchen. Ach so. Ja, da meinte ich halt gerade nur, das ist sehr vorteilhaft, in dem... in dem Punkt laut zu sein. Ja, jetzt haben wir die Antwort, warum bei mir keiner ist. Weil ich nie schreie oder fluche. Ach, dafür bin ich doch da, um da auch deinen, äh... Stream zu, äh... Da unten. Aber komm, dafür läuft Bonster Hunter bei dir. Ja. Und dann müsste ich dazu wieder mehr Lust haben. Und Zeit. Besonders Zeit, ey. Das sind mir ehrlich gesagt zwei Stunden so kurz, wenn ich jetzt dann, äh... vielleicht doch was anderes machen möchte und mir dann denke, ja, ich habe jetzt nur eine Stunde gespielt. Monsanto oder so, ist mir zu wenig. Ja. Naja, aber gut. Aber bald haben wir dich auch erfiniert. Ein Schuss, ein Treffen. Hallo, Halle! Jetzt habe ich genug gesehen. Ich soll mit einer übergroßen Rate zusammenarbeiten? Ja, die Stimme von Sombra hört sich da ein bisschen anders an. Wie war es bereit zum Kampf? Aber allesamt zusammen im Chat, wie war denn eure Woche so? Wir haben Dienstag. Ist mir doch egal, dann der Tag. Ja, komisch, anstrengend in der Arbeit. Ich bin, ich bin einfach verwirrt von der ganzen Woche im Allgemeinen. Geh weg, du kleine Styper-Trussi. Oh! Oh! Okay, hast du denn Sachen, die du allgemein gern zeichlet, gehört, gefragt? Das zum Fick. Ach so! Lauf, 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 lauf! Danke! Ähm... Was zeichelst du denn allgemein so, Gehren Kackhofen? Also, ich habe halt so allgemeinen Fantasy-Excent-Dramas, die ich nie genug zeicheln kann. Ach nee, die haben Bastion. Äh, jetzt stimmt's. Bastion ist eine Camp-Nousie. Genshi bei uns? Ah, Tatsache. So, Bastion ist erstmal tot. Ah, jetzt will er sich rechnen. Okay. Also, wenn wir das mit Scherz gewinnen, dann war das richtig schwach. Oh, die kommen wieder, die kommen wieder! Hilfe! 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 Nein, geh weg, Quedo! Lauf mich zur Ruhe! Nein! Ähm... Ach so, okay. Na, Animal Crossing ist mir ja persönlich zu lieb. Ich will töten. Ich darf das nicht im echten Leben, also will ich's im Spiel auslassen. Ach verdammt! Nein! Nein! Aber wie wär's, wenn du sozusagen einen eigenen Avatar machst von dir selber? Na, so immer. Ja. Und... Und... Also... Oder du nimmst einen deiner Lieblings-Animal-Crossing-Charaktere und packst sie in der Kleidung von dir in dem Stil. So dein Lieblings-Outfit, was du gern anziehst. Und... Oh... Oh! Ja... Ich bin halt mehr so... Actiony... Oh, oh, du bekommst nicht. Ja, die generische wird bestimmt teile, du spielst Dieser Chase-Strong-Cut da oben nervt harte Ups Aber wenn ich wiederkomme, kann ich mir in Ulti gebrauchen Warte, wie wäre es eine Fusion aus Beidem? Du nimmst einen Anime-Crossing-Charakter und packst dir eine Kleidung von deinen Lieblingshelden Anders gucken, kann ich es mir grad nicht vorstellen deswegen Nach 3 kills bin ich brandgefährlich Nein, die sind da drinnen in der mittleren Schiene, pass auf, die kämpfen da Vor allem, was mich genervt, grad eben war keine Sau da, wo ich hätte meine Ulti droppen können Und dann auf einmal kaum ist mein Maker kaputt, tauchen die auf allen Ecken auf Lampen, Alter Ja, komm, Countdown runter, danke Achtung, auch wieder oben Ja, nice Ja, fickt euch Nice Okay, ich hab doch noch ein Highlight gemacht Ah, die sind reifer Ich hab dich noch um ein überholt Dafür hab ich Schaden Gold gemacht und Bronze bei Zielfortschritt Kills Also Bronze Silber Gold Ja, Zielfortschritt Kills hab ich Gold und Zeitzilber und Schaden hat gar nichts 1300 Ich war keine einzige Sekunde im Ziel Ja, als würde ist es jetzt auch nicht die geilste Idee, das zu machen Da gibt's bessere Ideen Mhm Nur wenn sonst jemand reingeht Ja Als letzte Notoption Beziehen Sie die Verteidigungsstellung Wählen Sie Ihren Helden Ah, bald hab ich denn auch zwei Ich hab jetzt schon sieben Skins von Ne, sechs Doch, ne sieben mit dem, den ich grad hab Ich hab jetzt schon sieben Skins von Diva Sieben fucking Skins, Alter Beide davon sind diese komischen Klassiker mit anderen Farben Krass Ja Wie viele hast du gekauft? Angreifer in 30 Sekunden Zwei Den ich grad hab unter dem Pacific Run Ah, okay Ah, okay All Star Skin? Ich glaub nicht Ich guck gleich mal in die Liste noch mal rein, aber ich glaub nicht Sah noch mal der All Star Skin aus Von Diva Von Diva Die, äh, mit dem weißen Haun Glaub dann nicht Angreifer nähern sich Verteidigen Sie Zielpunkt A Die hast du Ich guck gleich noch mal, wenn wir auf den Match warten in meine Liste Dann kann ich ja noch mal alle zählen Geht mir Ach, da oben ist jemand Junkrot Junkrot Ja, versucht zu erreichen, glaub ich Und jetzt ist da ne Vero Ja, Achtung, ne Esche kommt Ha! Siegt! Achtung, die andere Diva kommen Achtung, die andere Diva kommen Achtung, die andere Diva kommen Ja, komm, komm, glatt noch Na, mein Liebling bisher ist halt wirklich, äh, den ich gerade hab, diesen Junker Weil der so schön altmodisch ist, ist einfach voll meine Welt Fick dich, du kleine Muschi Fick dich, Gernchen Irgendwann ist Sombra Sie hat gerade kurz um mich rumgesutscht Also Sombra haben die jetzt nicht mehr Ah, der ist jetzt nicht mehr Okay, warte, ich nicht mehr Au! 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 Ich hab dich aber noch gekillt, bevor ich gestorben bin Sehr schön Mit Ehre verteidigt So, ich bin gleich wieder da Oh, ich liebe es So, alles wieder rein, wir sind safe So, alles wieder rein, wir sind safe Ah, okay, die kommen gleich an die Ecke Ja, komm her, ich fass die Stichkeit machen muss Ist die Diva auf K? Äh, ne, Meitersa ist rausgegangen Ne, die Diva Ach so Sie geht nach der Stichkeit Diva, ob die auf K war, weil die nichts mehr gemacht hat Ne, die ist, äh, eigentlich gerade nur aus dem Mecca rausgeflogen Ja, aber die hat sich nicht bewegt, als sie ständig angeschossen wurde In der Mecha Ja Deswegen hab ich gefragt, ob ich sie auf K war Ah, scheiße, mein Mecha ist tot, mein Mecha ist tot und die alle kommt rein Das war gerade richtig dämlich Ja Cell Perfect, ah ja Uh, Mecha wieder da Die Diva mag, äh, Dremble, wie es aussieht Ja Ja Vor allen Dingen, ich find diesen Diva-Skin, den die hat mit der schwarzen Kasse, so hässlich Das ist der schlimmste Diva-Skin, den wir da haben, ganz ehrlich Äh, ja, gibt schlimmeres Ha, Kackhaufen stimmt mir zu, danke voll Oh ne, jetzt haben die einen Affen Ja, gleich nicht mehr tot Wenn er Raketen haben müssen gewartet Och, nö Ich hab auch meine Ulti voll Ich hab auch meine Ulti voll Tja, mein Gott, der kam total lang angesprungen Genau Unsere Ash brennt Okay Nein Ich hab gerade weggegangen Scheiße Kann auch nicht wahr sein Die können doch den jetzt die schon letzte Minute einnehmen Ey, der Chunkrad, man Kleine Pussy, alter Geh, geht's auf Gäse 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 Ich hab's versucht. Aber verkackt. Ha! Okay. Aber eigentlich sollte das noch klappen. Mein Ultimate ist so gut wie einsatzbereit. So gut. Ja, dann dropp die bei der Fracht, Liebes. Die Bob. Warte, meinst du Asche? Oh, Alter, ihr nervt. Aber volle Möhre. Mann, fick dich, Reini! Nicht da und mich! Fick dich selber, Alter! Ist klar! Ist klar! Ah, ich seh dich. Achtung, da oben ist der Jonkrad. Scheiße, ich hab den nicht mehr erwischt, aber er war fast tot. Mann, wie fick dich, danke! Ich mag dich trotzdem. So, Give Mene von Widow ist auch tot. Da können wir schon mal nicht mehr reintreten. Scheiße, Alter! Was? Nein, nein, nein! Der hat wieder seine Ulti! Ja, klar! Jetzt pick dich doch, du Hurensohn! Mann, Fasse! Bescheid! Was kann denn das sein, dieses getelichte Kräbber? aber die gegner die war triff wieder der fiktor was nur weil er mich da getroffen hat klar ich bin gerade selbst runtergefahren und nicht von ihm in den abgrund geworfen ja super fahrer voll im rücken alter ja verliehen wir ich kann doch nicht alle gleichzeitig heilen ich bin doch auch nur ein begrenzter heiler alter fick dich du hurensohn ich hab den grad wiederbelebt und der geht raus ist das dein ernst ach dann schau ich gerade irgendwo bei der fahrt der lichtvertrauen kenji Oh, oh deine Zeit ist doch nicht abgelaufen. Nein nein nein, der Affe kommt, der Affe kommt, der Affe kommt, hier, wer geht, wer geht, zu spät haben es noch geschafft ja aber einfach sombras pose so richtig wer da ist war so klar dass der wichse das heuer des spiels wird ja wer sonst ja gott in heilung welch wunder konnte das nur passieren nur gold heilung gemacht oder was äh ne ziehfortschritt zahlt noch gold und bronze mit drei kills bei ziehfortschritt so die war ok jetzt wo ist der Ach, was ist das denn? Filterung? Ach nee, warte, meinst du ihn? Ach so, doch, den Pacific Oster habe ich. Aber mich triggern da dran die weißen Haare. Ich weiß, das ist lächerlich, aber mich triggern da dran die weißen Haare. Der Merka ist wunderschön geworden, dagegen sag ich gar nichts, aber... Warum muss die weiße Haare haben? Ich bin froh, ich lasse mich. Sind wir auf der richtigen Seite, ich hoffe. Ich auch. Angriff? Oder hat sie ja immer der Instant Würde genommen. Alles klar. Ja, wobei. Doch, ne. Ja, Terz liebt den Skin auf, ist auch sein Liebling von ihr. Ich bleib bei Junker. Ich mach den mehr. Ups. Aber der neue Halloween Skin von T-Way ist auch sehr nice. Ja. Und ansonsten sind alle anderen irgendwie langweilig. Und was hat die Würde, die würde ich irgendwie wegschieben? Ja. 4, 3, 2, 1. Ist einfach nur neidisch auf meinen Mecker. Nehmen Sie den Skin. Ich mag den gerade, weil der so schön altmodisch aussieht. Ich liebe so'n Scheiß. Steampunk ist einfach geil. Und vor allen Dingen ihr Outfit, was sie dann ja auch hat, ist so richtig schön unterschiedlich. Ah, sie hat schon den Halloween Skin. Gib ihn her. Bro, ich hab keinen Mecker mehr. Bei dir bringt der Raketen-Töter nichts mehr. Oh, oh, die haben ne Echo. Pass auf. Ich hole den Pump. Keine Sorge. Das mache ich mit zwei Fingern. Für ein Wandel einer Mission. Nehmen wir nicht den Weg. Jetzt räuchern wir sie aus. Ah, da oben am Fenster ist jemand. Ja, das war mal ein Gegners-Rotor. Na, was? Ich ging fest. Nee, mit den neuen Genji-Skinnen hätte ich auch nicht warm. Schau mal an. Wer quatschte das Ganze selber bei dir? Ja. Äh, will der Kackhofen. Ach, der Kackhofen, der redet jetzt schon über Overwatch. Der epischste Username, der existiert. Ja, ich kenne dein Gefühl. Also, ich habe jetzt noch keinen direkten Haskin in der Loadbox drin gehabt. Aber ich habe halt bei einigen Helden mehrere Skins, die zwar eigentlich ganz cool sind. Aber ich komme... Die Helden selber sind für mich so absolut minus 100 interessant, sodass ich die halt nicht nutzen werde. Und das ist dann immer so. Ah. Aha. Ah, ich treffe im Moment wieder gar nichts. Mir geht quasi Tracer hart auf den Higgs. Kann ich verstehen. Wirst du mich verarschen, dass wir gleichzeitig die Ulti machen? Was bist du für ne fucking Copycat? Jetzt mal im Ernst. Fickfish, mitten in safe. Oh man, jetzt höre ich sie ja nicht. Ja, Zuckerfee ist, ist okay. Also... Ich weiß nicht, aber Tracer hat allgemein jetzt nicht die geilsten Skins, wenn man mich fragt. Alter, wir haben direkt 100% durchgecleared. Ja, nice. Ja, Tracer hat nur 2-3 gute Skins, finde ich. Also, dieser eine Punk-Scene, ich weiß gar nicht mehr genau wie der heißt, der ist jetzt nicht so schlecht. Den finde ich okay. Kann man sich holen? Ich habe jetzt nicht so das unbedingte Bedürfnis, mir den zu kaufen. Aber ich freue mich darauf, dass ich dann später einen neuen Brigitte Stink kriege. Da hat sie endlich mal einen zweiten Skins gemacht. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2, nehmen sie ihr Zielpunkt ein. Oh, der einer spielt da immer noch, wird auch okay. Die lag wohl nicht. Au! Da oben ist jemand. Aber ich sehe nicht so... Ach, die Flugolle. Scheiße. So... Och, Sombra, ernsthaft? Echt? Ja, ich habe keinen Aim, deswegen ist bei mir Widow schwierig. Mann, fick dich, Tracer, die kleine Muschie. Ach, kommt mit der Zeit. Oh, Sombra hat mich gerade gemerkt. Mich? Ja. Ja, mich auch. Ich habe sie gerade versucht vom Rücken aus zu adaptieren. Ach so. Oh oh. Ja. Ja. Anna hat mich gefickt. Ja, schwarze Linie ist ein schöner Skin für Rudow. Kann ich verstehen, dass du dir den holst. Oh. Scharfschütze! Lasst euch nicht abknallen! Alter, dein Ernst? Unser Soja ist rausgegangen, die kleine Pussy. So, Sombra ist schon mal tot. Ich habe sie begrüßt. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich sage unter Highlight des Spiels für Twitter. Timmte Widow. Oh. Und wo kommt denn das hier. Ich habe den Widow jetzt. Verdammt. Ich spiele. Ja. Okay. Ja. Der Skullzonskin hat schon was. von mir das ist echt geil. Aber ich bin jetzt selber nicht so wirklich, deswegen... NEIN! AHHHHH! Ach, Alter. Ich werd mich grad verstecken in der Ecke. Ey, was ist das noch? Ich hatte doch mal ein besseres Element, Ash. Ich glaube, das liegt einfach an nem Skin, was ich übergebe. Echt? Das liegt teilweise an den Skins dann vor? Ist jetzt mal ganz blöd gefragt? Ey, ich... äh... Nicht bei jedem, aber bei Ash merkst du, er hat einen Unterschied. Tot! Jetzt konnte ich mal ein bisschen treffen. Wow. Unglaublich. Au! Ah, okay, das war nie. Ja! Das ist spät. Das war doch mal ne Runde, wie es sein soll. Was? Ich hab' noch selber bei T4J Kids gemacht. Äh... Ich hab's nie gespielt. Also, ich will mich deswegen aus der Meinung zu Fortnite raushalten, okay? Es kann jetzt eine traurige Antwort sein, keine Ahnung, aber... Ich hab's nie gespielt, deswegen... Wow. Mhm. Ernsthaft? Der hat jetzt nur Highlight des Spiels bekommen, weil er mich, äh, mit Low Health getüttet hat. Wow. Äh, viele hassen Fortnite, aber... Ich weiß nicht. Ist aber wenn... Habe ich da, äh, Silber gemacht? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, die andere, äh, also unsere Widow, war die ganze Zeit bei mir in der Nähe. Also... Eigentlich hätte die dann Silber haben müssen. Die war ja auch die ganze Zeit mit im Point drin, ne? Ja. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. Sind wir schon zwei. Waaah. Vielen Dank für das Lob, Paki. Irgendwas wollte ich gerade schauen, aber gut. Jetzt haben wir eh wieder Match. Bestimmt irgendwas in der Hand gern machen. Ja. Und dann hab ich dann, äh... Vergessen was. Armes, altes Wesen. Oh, wir haben jetzt einen Rheini mit drin. Ich hoffe, der kann den auch spielen. Mit Rheini an der Seite funktioniert das eigentlich schon mal ganz gut. Mhm. Okay, eine Wirrung, ein Magie und die Knallt wieder. Sollte eigentlich klappen. Hallo, alle! Komm schon, komm schon! Hör! Hallo. Hallo. Ich hab Reinhard noch nicht richtig ausprobiert, muss ich gestehen. Aber ich hab halt so einen Mini-Former davon gesehen. Jedes Mal, wenn ein Gegner ist, boomst er mich zu Tode. Wortwürdig. Aber ich muss ehrlich zugeben, das hatte ich am Anfang auch meistens bei Reinhard. Als Gegner. Awww. Aber wenn ich Reinhard gespielt habe, dann konnte ich, äh, nicht zu krass abgehen. Wie die Gegner schon Reinhard. Reinhard winkt mir zu. Er will mir Kontakt aufnehmen. Awww. Das ist so dick. Ach du, Moira. Die haben Neuro, wie's aussieht. Ah, pass auf, wir haben Neuro. Und Neuro. Ja, Neuro. Die haben wir gerade eliminiert, aber... Uido hat gerade nicht geklappt. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Du wirst es überleben. Awww. Unsere Heilerin ist wieder so lieb. Danke. Für das Kompliment. Ja, so lieb wie ich. Ich hab schon Schlimmeres gelebt. Du wirst es überleben. Genauso lieb wie ich immer drauf. Ach so. Darauf hast du jetzt geantwortet, oder? Ja. Nein, nein, nein. Lass dich in Ruhe. Ich bin ein unschuldiges Wesen, dass du noch sein Mecker wieder haben willst. Au! Geh weg! Lass unseren Heiler in Ruhe! Du fette Schlampe! Ich bin mein Mecker. Ich bin mein Mecker. Ich bin wieder da! Echt? Du wirst von Hamsterli verfolgt? Also mit Hamsterli, muss ich gestehen, hab ich ja keine Probleme. Den zerfumse ich meistens immer. Egal, wer es ist. Also egal, ob ich explizierte Diva, oder... Okay, weil wenn ich äh... Müssig bin, tue ich brav heilen. Dafür ist er immerhin gemacht. Aber alter, der Reini ist gut. Ich bin stolz auf ihn. Leistung verstärkt. Treib an! Hallo! Nein! Ich wollte Reinobus mit Widow! Oh, damn! Warum, äh... Ging mein Nanobus jetzt an Widow und nicht an Reinhard? Ah, das ist ärgerlich! Aua! Wo zum... Da ist die kleine Mutti! Scheiße! Mist! Ah! Hm, du bist auch auf der... auf dem PC unterwegs statt PS4, wa? Ach, echt? Ja, okay. Das ist wiederum schade, weil... Ich mein, X-Comps und Facetace sind ja echt ähnlich. Dass die da nicht zusammenarbeiten können, ist schade. Pass auf, äh, der Basteion ist mitten im Houseungang unten. Der kämpft ja. Ja, der macht gerade auch seine OTA. Ja, ich warte gerade, dass sie ein bisschen vorbei ist. Ja, deswegen sag ich ja... Also, wenn man sagt, äh... PC und Konsolen nicht zusammen... Okay, versteh ich. Alles gut, bro. Aber das halt nicht X-Pop und Playstation zusammen können, ist schon ein bisschen... ...art graderlich. Ich halte dich an. Merci. Oh, oh, der App hat seine Ulti. Was auch. Leistung verstärkt! Treib an! Sehr gut! Oh, jetzt hab ich mal Reinhard geboostet! Obwohl ich dich boosten wollte! Ja! Oh, Mann! Ey, irgendwie treff ich nie meine... Äh... Aber, sagen wir's mal so, der Reinhard hat's verdient. Er kann mit dem spielen. Ja. Es... Von mir kann sich niemand verstehen. Der Richter steht. Du machst das aber in Beine. Hm. Oh, Scheiße. Das ist richtig ärgerlich. Ja... Wie gesagt, das hat... Es ist ja wirklich nochmal gar kein Nachteil, wenn die zwei verschiedene Konsolen zusammen sind. Sein gestattet ist ja komplettes Serverses-Krimaufbau. Außer, dass die Knöpfe anders heißen wird gesagt. Hallo, wer ist denn da oben? Ähm... Widow? Widow? Widow war da oben. Nee, die... So, ich glaub, Katja hat ihren Energie, weil sie ein bisschen sagt, dass die Vora ist da. Ah! Und? Ich mein, von unserer Seite... Äh... Gestirb! Gestirb! Komm schon, du bist fast tot! Gestirb! Boah, ja! Merci! Ich kann nicht verstehen. War das auch noch von Nelfiger Hans Worf, der dich die ganze Zeit verhintenbumst? Ach, und da oben ist jemand... Ja, bei uns ist irgendwo eine Tracer die ganze Zeit, halt mal rumnerven. Okay, Affe ist tot. Äh, irgendwo sah mich die Mörger aus. War das gut, aber sie ist gerade Wicke-Style. Halt, dann kann man zumindest sagen, dass du immer safe und ill hattest. Merci! So, jetzt hab ich die richtige geboostet. Ja! Ja, komm, komm, komm! Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Du wirst es überleben. Aber mit Widow auch ordentliche Kill zu machen, ist schwer. Da musst du ja richtig helfen. Ja, komm, du bist fast tot. Das ist meine Kanone. Los! Und ich muss sagen, ich bin Overwatch ganz zwangster dafür, dass wenn du die Fracht angreifst, dass sie nicht gekillt ist. Das sag ich jetzt. Also, dass die Fracht kein Schaden sind. Das würde ich sonst immer schaffen. Ja, du kannst dir mal ganz vorsichtig nachfragen, warum nicht Xbox und Playstation zusammen zocken können. Ich mein, das... das gibt einfach... Es gibt einfach von, das ist irgendwie keinen Sinn, dass sie sich zusammenarbeiten können. Außer Ego-Gehabe natürlich. Ja, verständlich. Okay, ich hab irgendjemanden gefüllt, cool. Mann, die Tracer riecht auf! Ach, der Tracer kommt irgendwo von hinten, also ist irgendwo hinter uns. Okay. Aber ich, äh, bin gerade zu blöd, um sie irgendwie zu treffen. Ja, ich guck mal, ich fang erst mal um. So. Mann, Alter, was hast du mit mir rein? Die Fick dich, du Mutti! Danke. Schleser Park, Schleser Park. Achtung, der Buddha-Heinies-Moder-Fach. Fuck. Ja, dann, dann schreibt der Xbox mal ganz, äh, Quatsch, Overwatch-Supporting, mein ganz, ganz lieben Fehlbauer und dass sie die Scheiße wieder ändern sollen. Danke. Wenn sie's nicht glauben, sollen die ne fucking Petition eröffnen und dann wird bestimmt jeder Zweite unterschreiben. Um was geht's jetzt genau? Ähm, na, Kackhofen ist ja auf der Xbox unterwegs. Ach so, wenn Crossplay. Ach so, ja, okay. Ja. Das ist halt unter den Konsolen, das funktioniert. Er gibt vorne und hinten keinen Sinn. Au. Ich hab's versucht. Ach, mach dir keinen Kopf, Kacki. Alles okay. Du solltest nicht sehen, was ich schreibe, wenn ich mal zwei Sätze am Laptop schreibe. Da hab ich ja keine Autokorrektur, wie am Handy. Das sieht ja mal aus wie so ein 5-Jähriger, die die ersten Klöter lernen. So, Reini ist tot. Warum? Warum mussten die jetzt den Nerter nehmen? Weil die uns ficken wollen. Aber richtig. Es freut mich, dass ich hier sympathisch bin. Ich bin zwar gestört, aber sympathisch nicht. Nee, warte. Wie hattest du... Ich glaub, du hattest das in meinem Chat geschrieben. Dass ich zwar komisch bin, aber sympathisch komisch. Oder irgendwie sowas. Nein, ich fick dich selber. Faktisches Visier aktiviert. So lange ich mein Mecker nicht wieder hab, kann ich mich nach vorne gehen, Alter. Awww. Ja, ich hab mein Mecker wieder. Go, 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 go! Ja! Ich hab jetzt die Rantip getrunken. Nice. Aber es war genau richtig. Ja, Mann! Na, die hat den Skin. Leidig. Ja, wo die überall äh, 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 äh. Jemanden ausgesagt hat, ne? Da hat sie mich ja auch noch getötet. Ja. Ja, praktisch war ja. Aber ja, ich tippe auch immer fünfmal schnell, als ich denken kann. Mach dir keinen Kopf. Ach komm, schon wenigstens einen Mitleidslike. Leute! Nur wegen meiner Bombe haben wir's doch geschafft! Wo bleibt die Anerkennung? Ich hab 29 gekillt und Gold. 29 Eliminierung hast du gemacht? Ja. Krass. Ja, ich hab das nicht gehört. Ja, ich hab das nicht gehört. Welch sind davon für einen C-Fortritt? Ja, komm, wir hatten einen sehr guten Reinhardt und, äh, ein paar Leute fanden mich irgendwie auch geil. Ja. Ja. Ich will, ich will immer noch ihren scheiß Oins gehen, Alter. Die gibt's, glaube ich, erst in, äh, äh, Winter. Ja. Äh, äh, Winter-Lotboxen. Mhm. Oh mein Gott, ich brauche es. Es ist ein Oins-Gen! Oh je, jetzt triggerst du dieselbe hoch, wa? Ja, es ist halt vor allen Dingen Egomanie. Es ist halt dieses, äh, ja, wir sind so krass, wir arbeiten nicht mit euch zusammen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Ups. Es ist, wie gesagt, vor allen Dingen Egomanie. Nix anderes. Klar. Einrichtung zerstören! Jaaa! Jaaa! Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Äh, äh. Schädelte da gern. Ich hab gehört, auf euch Jungs ist ein hübsches Sümmchen ausgesetzt. Vielleicht können wir uns anderweitig einigen was mal zufrieden. Ja ja, geh mir nicht auf'n Geist. Hm, das würden einige nice finden. Ja ja, geh mir nicht auf'n Geist. Oh, ne Mörber. So, ich guck mal ob jemand oben ist. Gute Idee. Ne, keiner da. Alle, äh, gehen den einen weg. Ach, kommt schon mal vor. Das ist mein Punkt, fickt euch! Danke! Oh, oh. Oh, oh. Mann, echt effekt dich, alter. Man lernt nie aus. Nein, ich will grad in mein Lecker zurück! Rrrr. Denk dran, schön den Follow-Button drücken, wer auch immer gerade noch zuschaut. Wenn er noch nicht gedrückt ist. Eieieiei. Eieiei. Eieiei. Und gibt's auch ein 12 Stunden Stream, den ich hoffentlich überlebe. Was zum... Wolltest du doch grad kacken gehen, Genji? Genau, nur einmal am Fuß schießen und ich bin tot. Aber, äh, ich hab ihn lieber dazu verkaufen, das wird ein Art-Stream. Also kein Sock. Das ist heute dann jetzt langer Art-Sock-Stream. Bevor du enttäuscht bist. Aber ich würde mich freuen, wenn du auch meine scheiß Grützelei anziehen würdest. Ich bin dumm. Ey, shit, du hast ja vorhin geschrieben, du Zeichen. Aaaaah. Bin dumm. Ab ungefähr 12 Uhr fangen ich dann an, das wird er noch. Du hast meine Kanonenschlampe. Boah, boah. Ich hab's dir beschauen. Todgesagte leben länger. Kein Stress. Wie gesagt, ich werd'n ganz schönes Stück online sein. Also... Du musst nicht schon Minute eins dabei sein, wobei ich glaube, dass wenn man wirklich schon in der ersten Minute dabei ist und vorher noch gar keine Schindel-Points hat, dass man dadurch zum Beispiel schon einen Full-Buddy-Sketch beischalten könnte. Jangan, das möchte einfach viel zu viel schauen. Ja. Ja. Bob, geh weg, Alter. Danke. Ich will doch nicht nachher, der Blutball ist, Alter. Das ist nicht so... Mann, fick dich, Alter, mittel vorm Bierfreund. Ja. Ich hab' Discord. Ähm, wenn du Ausrufezeichen Discord drobst, dann kannst du mit in die Gruppe kommen, aber... wir sind sehr, sehr ruhig, weil... ich... eigentlich, wenn ich nach Hause komme, starte ich nur... den... äh... Rechner. Fick dich. Ähm, starte ich nur den Rechner, gehen meine Nachrichten schnell durch. Und dann wiederum... ich mach' eigentlich nicht selten schon wieder die Playstation und versuche die Darts, also... ich bin da sehr, sehr inaktiv, deswegen sag' ich auch nichts dagegen. Ja. Ähm, ich hab' auch noch... Insta... oder Instagram? Ich glaub' Instagram hab' ich's umgeändert. Facebook, YouTube, Flüchtling. Ach, nö. Ich glaub', das waren alle... ... die ich eingebaut hab'. Mehr sind ja bisher noch nicht eingefallen. Zurück in den Sattel. Wollt ihr mich verarschen? Zuerst ist die ganze Zeit du Arsch allein hier. Und kaum komm' ich da und da attackier' sie, kommen aus drei Ecken die anderen. Was zum Fick. Das wäre voll die Gelegenheit gewesen. Hm. Ich hab' vorhin gerade gut getötet und äh... wir hatten fast das Zielpunkt angenommen. Dann muss der Sau schon wiederkommen mit seiner OT und uns beide zerstören. Also mich und den Hanzo, glaub' ich. Oder den Reaper. Nee, den Reaper. Ich war mit Reaper im Punkt. Ja, das schaffen wir nicht, ja. Ja, das schaffen wir nicht, ja. Also da muss jetzt echt ein Wunder passieren, wenn das noch klappt. Das wird die reißende Kraft. Hier rein! Scheiße. Niederlage. 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 Ernsthaft? Geschwister. Sei. Ich glaub' ich hab' nur den gegnerischen Reaper gesehen... Aber nie unserem. Ich hab' uns in enRAlab aber schon gesehen. Anscheinend war der immer dann aktiv wo ich grad tot war. Zumindest sind wir alle am Anfang, äh, zusammen, äh, am selben Ort hingegangen. Also da sind wir, äh, durch das Haus, äh, durch, gegangen. Ah, okay. Gemeinsam. Hm. So, warte. So, warte. So, wir haben schon wieder eine gute Runde. Machen wir auch auch Lotboxen. Oh, wir haben schon mal eine Mara. Sehr schön. Mit drei Anerkennungen, also vermutlich kann sie sie auch spielen. Aber eine neue CD, hoffe ich. Und eine Mercy! Geil! Jetzt brauchen wir nur noch Attack. Dann ist es schön ausgeglichen. Gameplay on! In 30 Sekunden erwartet. Oh, Reaper. Oder Doomfest? Okay. Ja, auch gut. Also, wenn ich, wenn ich dich damit enttäusche, es tut mir leid. Aber ja, ich bin kein Minecraft-Fan. Also, ich verstehe halt diesen ganzen Hype dahinter nicht. Hallo, alle! Danke! Es ist, es sieht für mich halt einfach langweilig aus. Ich verstehe ja schon, dass eigentlich vier fertige Gameplay sind hinter Minecraft, aber... ...reizt mich halt so 0,0. Da könnte ich das nicht drauf. Oh, oh, Fraser kommt zum Ziel. Pass auf. Okay. Oh, oh. Nein, nein, nein! Scheiße! Anna Backdor. Wir sind beide zuerst draufgegangen. Auch gut. Du auch? Aber anscheinend? ja die anderen lehmend hier noch da meine kindheit war in den fängig kennengelernt wenn dann haben wir ja so altmodisch karten gespielt ordentlich ich versuche die menschen zu verteidigen da sind sie wohl nicht mehr ja hab draufgeholt wenn ich nur weiss schon dass ich mich trotzdem noch treffen kann auch wenn du meinen anderen ausgestattet hast, oder? das ist wirklich doch so, ja das scheint nur das hier zu sein oder nicht ah da oben ist er wo ich hab grad voll missachtet dass da rein die ein gegner ist doch grad wieder kurz der ist bei uns im team jaaa ich hatte auch schon mal solche momente wo ich den gegner überhaupt nicht beachtet habe ja so kloppt mir auf einmal so eine richtig schöne peule mitten in die treffe mhm ach ups die macht ja schade mein mecker ist kaputt wie kann denn das sein vor mir kann sich niemand verstecken das sind die 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 Leiste Selbstverstörung, krieg selbst ein! Scheiße! Fuck, Alter! Fick dich, Sombra! Ich wollt grad mitten in meinen Mecha steigen und mach die irre Hacking-Attacke und verzeckt meinen Mecha! Was meinte das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ah! Lästige Wier! Komm, du kannst Sombra schon in den letzten Sekunden verkacken! Schau, Schütze! Komm für uns, oder? Er ist weg! Sieht so aus! Nein! Oh, der erwartet mich schon! Fuck, Alter! Ja, es wird nichts mehr! Geh immer wieder zurück ins Ziel-Point! Da bin ich wieder! Salut! Ja, ja, ich wusste, was du vor hast, so kleine Schlampe! Ja, voll daneben! Was ist denn die kleine Schlampe? Nein, Soldier! Mann! Boah, ich hab den grad abgemorkst! Hat er den schon bekommen? Der war... Der hat mich direkt zuerst getötet! Wie... Wie... Wie konnte... Wie konnte er jetzt hinter mir kommen? Ich hab doch... äh... Ne giftvolle... gesetzt, oder? Naja... Warum sollte das jetzt nicht passieren? Der wurde grad so... Ne... ... der Ultima... Ja, scheiße! Okay! Da hat mich jetzt die Würde gedauert! So gut! Die Edge hab ich jetzt gekillt! Die liegen mir grad hart auf den Fisser aus der Ecke heraus! Ah! Die Sombra ist an der Seite! Pass auf! Oh oh! Reini kommt wieder! Da war das! Da will ich doch wieder knutschen! Ich will nicht geknutscht werden! Von mir kann sich niemand verstecken! Hat das weh getan? Oh ne! Jetzt versuchen wir alle mich zu töten! Oh oh! Oh oh! Schon was gehört! Ich bin bei dir! Ich danke dir! Genau das hab ich gebraucht! Oh wow! Okay! Ich glaub wir kommen jetzt um die Älterung! Au! Ach da! Ich weiß! Okay! Okay oh semin sabeft! Not! Same Grab anhelford! rewarding! Yep! Ok! Ich hab so wie ich mit mir trocken! Nice! Haben wir gewonnen! Ich habe gegen den schuss rausgeschobst! Ja, hello, Notebox. Ja, der nächste. Alter, die Mercy war gold. War so klar. Ach so, und so. Oh, jetzt hab ich eine Führungsrolle bekommen. Ich auch. Und gutes Zusammenspiel. Nochmal eine Führungsrolle, okay. Oh. Oh, ich hab auch gut gemoppelt. Ja, ich hab nur eine bekommen und einmal zusammenspiel. Aber damit bin ich auch schon zufrieden. Oh. Und noch eine, okay. Jetzt hab ich's auch. Okay. Ich hab immer noch sechs Zuschauer. Was ist los mit euch, Leute? Also, freut mich, dass ihr weiter hinzuguckt, aber... What the fuck? Aber wie gesagt, wenn ihr mir noch nicht folgt, folgen sie mir. Ich bin dumm die ganze Zeit, egal was ich streamen. Und ich kann auch beleidigen, wenn ich keine Technik für deine Masse habe. Ah, wie schnell haben wir schon wieder was finden. Läuft. Ich glaub, die sind jetzt alle wieder zu Hause und wollen zocken. Mhm. Aber wie lange musst du dann eigentlich auf ein Match warten, wenn Xbox fast tot ist in den Game verkaufen? Oh, ein Lutschschuss. Ein Lutschschuss. Bist du eine Lasse denn? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ugh. Ha! 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 Loll! 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 5, 4, 3, 2, 1, Abweiter, Nerns! Halt diese Gebracht auf! Nur Geduld! Nein, nein, nein! Den Teleporter kannst du knicken, Madame! Ah, den hab ich nicht ge... Okay. Scheiße. Da kam mir die Symmetra zu nahe. Ach, dieses scheiß Bruder, der hat mich grad abgemoggt. Mhm. Der hätte mich auch fast bekommen, weil ich ihn nicht töten konnte, One-Shot. Aber da hat mich dann seine Symmetra noch eher erwischt. Ja, bin du! Ja, bin du! Ja! Voll in's face, Alter! Ja! Ja, ja, ich hab's gesehen. Fick dich! Ach! Da oben ist schon wieder so ne scheiß Laterne. Fick dich! Tod! Oh, die hat das auf mich abgesehen. Lebt ihr? Ja. Okay. Ich bin weg. Ah, ich lebe noch mehr, sehen wie lange. Die Wider wusste genau, wo ich stehe. Ah! Scheiße. Tod. Vor mir kann sich niemand verstecken. Die haben keinen, Alter. Oh, die haben ne Anna. Ja gut, dann wechsel ich. Ach so, doch. Ach, die hatten ne Anna. Ja, dann wechsel ich sie lassen. So, dann wusste ich euch mal und hoffe, dass wir so besser zurende kommen. Wenn ich ins Rollen komme, hält mich nicht mehr auf. Das ist doch nicht das Ende. Au! Was war das jetzt? Ähm, der hat seinen Drachen losgeschickt. Ne, äh, von, äh, von den, äh, von den Genjis. Ah, der, äh, der hat mich bei mir, äh, seine Fächer gemacht und sich dann auch knallen lassen von mir. Lol. Nein! Ich wollt grad die Arsche wieder benehmen und hab direkt nen Headshot passiert. Fuck, Alter. Ich hab ja auch schon gefallen. Die haben noch nicht das Schwope, Alter. Ah, der hat auf IoT gewartet. F***t euch doch, Alter. Mei? Oh ne, die haben ne Mei. Oh fuck, Alter. Naja, komm, ich bin gleich wieder an der Sichtweise. Hier, friss. Boah. Die generische Wider musste ich jetzt auch gut fühlen. 60 Sekunden. Ah. 60 Sekunden. Alter, direkten Headshot. Scheiße. Einen von ner Frachtweiß bekommen, es werden ran gemocht. Was? Schon wieder der Buddha Heidi hat die Fail gemocht? Weil die mich verarschen? Oh ne. Ich glaube sowas von viel zu gut hier durch. Oh. Oh. Gut, dann machen wir die Diemauer. Fickt euch. Oh. Oh. Tiff, das gibt's doch nicht, dass ich kein einziges Mal den scheiß Mönch treffe. Wie overpowered ist das hier eigentlich gerade? Wurde. Wurde der schon mal runter gestuft? Was? Ja, hier der Buddha Heidi. Keine Ahnung, aber... So gut ist er auch nicht. So gut ist er auch nicht. Also schon mit dem Damage, äh... Mit dem doppelten Damage und der Heilung, aber das ist nicht gerade viel was er macht. Und sonst kannst du ja nichts mit dem machen. Ja. Aber das ist ja genug. Komm, komm, komm. Ich hab dich fast tot. Jetzt stirbt! Wie kann der aber ihn immer vorher töten, bevor man drauf geht? Aber der ist halt schnell tot, ja. Hallo, Conny. Wie kann der so fucking viel Damage aushalten? Du bist ein fucking Heiler und kein Tankschlampe! Hallo an Conny. Hi Conny. Endlich mal einer, der meinen, äh, Stream beschreibt. Ja. Ach, wie viele Montage hast du eigentlich gerade? Einen. Immer noch einen. Das hat sich jetzt, äh, nie verändert. In den zwei Stunden. Ja, aber dann müsste... Eigentlich müssten doch jetzt zwei sein, wo Conny da ist. Weil auf dem Rechner hab ich immer noch dein Spiel brauchen. Also eigentlich müsste ich noch mal zwei Tricks drin sein. Ach, jetzt ist es bei mir zwei. Ah, okay. Auf der Playstation Anzeige? Oder Dashboard? Naja, ne, die Playstation Anzeige ist immer noch auf null. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht hat es sich bei dir inzwischen formalisiert. Ich dachte, vielleicht hat es sich bei dir inzwischen formalisiert. Was? Das ist schon wieder die Video, doch. Ach komm. Das ist irgendwie ein Hacki. Oh, gut. Es ist irgendwie... Das stimmt. Ist ja nicht. Ah, f*** euch doch. Aber ich denke, Monsanto, das kommt bei mir auch nur gut an, weil es allgemein ziemlich gut ankommt, das Spiel. Ich mich mit deinem Bruch weiter. Ne, hier ist ein Minderjähriger anwesend, schreibt Conny. Ja, Conny selber. Aber wie kann die f*** Guido in einer Sekunde zielen? Versteh ich teilweise auch nicht. Achtung, Genti. Von der Seite kommt gleich jemand rein. Ja, ich. Ich hab nur was dürfen sehen. Aber ich seh nicht was. Ja, f*** dich Senator. Ja, f*** dich Senator. Ja. Krass. Puh. Oh. Unser Reinhardt. Okay. Ja, find ich auch. Immer fest der Prof. Ja, find ich auch. Immer fest der Prof. Ja. 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 4 hast du? 19. Ah, ich glaub ich hatte 13. Ich konnte grad nicht mehr gucken. Aber das ist alles so dunkel. Ja. 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 Ach, bei Tracer warte ich genau schon. äh, wie die heißen äh, die Kunskans Sport hier, ja Aber wie viele Level kann man eigentlich aufsteigen Ich weiß Wird das Ding dann irgendwann Gold? Ja Auf jeden Fall Ich weiß nicht, wo es aufhört Aber es geht noch sehr lange weiter Ja, also ich mein Ich glaub, wenn du 500 Zylinder hast, bist du bei Silber dann nach Bronze? Ja, kann sein Oder ich hab erst mal 5 Sterne Äh, nach der 5. Sterne Da hab ich dann Silber Porträt Och Meint ihr, dass ihr mit meinen APM mithalten könnt? Merci beaucoup Buh 4, 3, 2, 1 3, 7 Verteidigen Sie Zielpunkt A Ach, ach, ach Antiarbeit Hier drüben ist ein feindliches Geschick Und Schwupps Weckmann Sie Nice, es wird was gefördert aber schön mit würde kann man ziemlich gut geschütze zerstören aber wunderschön aber ich glaube zuerst ist am zielpunkt oder kurz vorm zielpunkt sie ist bei mir ja hat den kaffee klatschen sie greift das zielpunkt sie ist über die achtung sie ist links über die also wenn du da die treppe hoch gehst links oder ist immerhin meine volle reingelaufen ah ich hab versucht saria zu klären aber sie hat mich vorgeklärt verdammt es warfusger Junge, rückst du mich auf. Weiß er? Nee, ist ein Erter. Ja, das auch. Alles klar. Jetzt sind sogar drei Zuschauer, krass. Hi. Wir kommen, wir kommen. Fragst du mich das jetzt, Conny, oder Lay? Was? Was es Leckere es gab? Heute. Ich glaube, es fragt uns beide. Ach, da oben ist die Widow. Ich sehe dich, du kleine Muffi. Ja. Ähm, und bei mir gab's fette Spaguetts. Was? Das hat mir ganz einfach heute gemacht. Ich hab keine Lust, das zu machen. Natürlich. Was? Da bin ich wieder. Ach, was ist denn denn? Ja. Man f***t euch. Ich hab jetzt nur noch vier, zwei sind gegangen, aber ich freu mich, wenn die vier bleiben. Fick dich, Senata. Aber volle Mörder. So, ich hab meine Ulti, aber ich hab keine schöne Kuppe, um jetzt reinzunehmen. Oh, achso, das ist mal, weil ich dachte schon, die Tracer kommt. Nein, 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 das ist gut. Achtung, um die Ecke kommt gleich jemand. Ich glaub, Tracer kommt gleich um die Ecke. Boah, Alter, Senata, den Nerv, wenn der Kuppe kommt. Verdammt. Ich kann Senata so fucking overpowered in der Damage sein. Und in der eigenen Verteidigung. Wie zum Fick. Gegner geschützt direkt. Naja, Eingriff nur wegen seiner scheiß, äh, Sphäre hat dann da. Pack's da auf ein Geg... Ja, genau! Alles klar! Ja, genau! Alles klar! Fick dich, Senata! Alle Ränder auf Anschlag! Wie ne lästige Flieger, ey. Der viel zu viel Schaden machen kann. Aber eher ne Mücke. Und der lässt dann einfach so'n Fieses trennen. Ja, ich hab's gekehlt! Wir haben 5 Sekunden Ruhe davon! Dann rollen wir mal den Rossen-Pippich aus! 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 Ach komm, ich habe ihn extra zurückgestoßen. Einer, wo kommt ihr denn die ganze Zeit her? Tauchen sie fünf Toren, tauchen fünf neue auf. Wollt ihr mich verarscht? Ihr habt doch auch eine Spawnzeit. Der ist in Erster gefühlt überhaupt nicht. Ja. Ja, endlich. Oh, bitte. Geh mir jetzt den Jadda verbrennen, bitte. Hat sich gut, auch eine nächste Anerkennungsstufe erreicht. Oh, nice, ich bin Highlight des Spiels geworden. Woll. Ach, das, wo ich den Doppelkirr gemacht habe. Bei dem war er was er braucht. Die hat schön gehealt. 2.250 EP. Woll. Ich brauche noch fast zweit. Oh, Zusammenspieler habe ich nochmal bekommen. Ich habe diesmal gar nichts bekommen. Ich war scheiße. Okay, Rose finde ich auch noch gut. Nee, Spotty. Spotty finde ich am besten. Okay, ich gucke das nächste Mal nach hinten. Bad Tracer. Oh, eine Anna. Mit Silber. Nice. Sehr schön. Oh, wir haben eine Mörse. Cool. Mal sehen, was der letzte war. Das sind Dreiergesprungen. Wir haben schon meine Nerve geträchter als Vorwarnung. Ich glaube, sie ist gerade in meiner Folge gelaufen. Und die haben Farah. Und eine May. Die macht gerade die ganze Zeit Eisshörder, damit ich mich vorwärts vermache. Oh, nein. Wir haben auch einen Genji, pass auf. Achso, der hat dich vorhin schon totgewinkelt. Das sieht schlecht aus für uns. Oh, wow. One-Shot, alles klar. Gut, dann ändern wir die Zeit. Brigitte meldet sich zum Dienst. Natürlich. Ah, jetzt braucht sie zwei Schüsse. Eine totischere Investition. Ja klar, alles hier auf ein. Fick, der ist doch nicht zeigen, wo es ist. Ja. Ja. Was ist das? Oh, die sind gerade zum Scheitern vor Ort halt. Oh, die haben Sombra auch noch. Was ist das? Was ist das, Tracer? Der ganze Ohne. dann hast du ich noch nicht singen gehört nein das hört sich falsch an aber die kamen alle gerade von der seite Hey, ist aber ein nötig Hocker. Scheiße. Wir kriegen das noch hin. Ja, über 4 Minuten, ja. Ja. Jetzt ist das los. Hab ich... Okay. Was genau hat sie mir jetzt getötet? Gerade. Wahrscheinlich das Geschütz von Torbjörn. Audi. 0. 1. 1. 3. 3. 1. 2. Das ist traurigend. Boah, das hört sich falsch an, Moira. Shame on you. Was hat sie denn gesagt? Meine Hand ist überall. Also. Alter. So denkst auch nur du. Ja. Natürlich. War ich. Oh, die kommen alle da. Okay. Interessant. Okay, habt ihr nicht anders gewollt? Fickt euch doch. Ich hab dich im Visier. Nicht für wen. Geiler Team-Band. Audi. Hey. Grüße. Ach, im Haus ist die Felge-Moschi. Mooooon. Weggeboxt. Weggeboxt. Abra- Abrakadabra für alle. Ja, ich hab sie direkt in ihrer UT weggeboxt. Geil. Da müssen wir schon mehr ins Zeug legen. Achtung, da oben ist ein Bastorn. Wow. Hahaha. Hey. Hi. Wie steht's denn? Hey. Grüße. Grüße. Okay, hier ist er. Und hier was an der Fracht. Ah, mei. Hab ich seinen Gefrorenhilfe. jetzt kann die nicht mehr fahren mal wieder keine frage eko ist an der seite pass auf Oha. Da oben ist jemand. Ja, egal. Ist vorbei. Juhu! Ja, ist das letzte Du-Boxer. Nice. Highlight des Spiels. Klar. Okay. Das ist aber ein ganz schön trauriges Highlight. Ist okay. Scheiße, ich wollte doch eigentlich den Bruder Heide geben. So, jetzt habe ich drei Brose gemacht damit. Wow. So, ich will jetzt erstmal kurz meine fünf Boxen öffnen. Und dann nochmal nicht mehr. Warum kriege ich von Junkrat dauernd was? Ich spiele den doch nie! Ah, Juni, check das was. Genau. Ja, Money! Aber nur 50. Hätte auch nicht mehr sein können. Viele habe ich. Ah, ich habe auch fünf Loot-Boxen. So. Warum schon? Gib mir wenigstens einen Skin, den ich haben will. Wenigstens einen. Oh, der ist süß von Saiya. Nice! 150. Wird doch langsam. Oh cool, ich habe diesen Skin bekommen. Äh, Spieler-Kamper, komm. Reaper-Best-Charakter, Alter. Scheiße, nerven, ich werde das beten. Aber wofür ist das geiler-Kamper. Soll mir das etwa Angst machen? Warum? Warum habe ich so viele fucking Skins von Lujo, den ich nie spiele? Keine Ahnung, ich habe auch sehr viele Skins für Genji bekommen, obwohl ich denn überhaupt nicht spiele. Manchmal machst du mir Angst. Manchmal machst du mir Angst. Oh, zwei gelbe, bitte, bitte. Warte. Ha, 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 ha. Warte. Mann, da habe ich mal zwei Skins und dann von Saiya und du fürs die ich nie spiele. Vielleicht, äh, wird es jetzt dann Zeit, dir anzufangen. Der fickt euch doch einmal am Arsch. Was spielst du überhaupt? D.Va, Myrha, Brigitte. Mercy. Das sind ja viele Helden, die du spielst. Von 32. Und manchmal Sombra. Das ist aber eigentlich nur bei denen, ohne den. Aber come on. Jeder andere hat gefühlt schon wenigstens die Skins von Myrha und Mercy. Außer ich. Das ist unfair. Ich hab die von Myrha auch noch nicht. Oh, nice. Was hast du denn drin gehabt? Der fliegende Holländer. What the fuck? Warte, das ist doch der neue Skin von Dings. Nee, das Spray. Zu dem fliegenden Holländer. Ah, okay. Leider nicht zum Skin. Aber der ist eh merkwürdig, weil Spongebob. Warum merkwürdig ist es mal wieder was anderes für Sigma? Und nicht so langweilig, wie du es betitelst. Ich hab nicht gesagt, dass er langweilig ist. Es ist nur für mich merkwürdig, Spongebob und Overwatch in dem Sinne zu vereinen. Nee, weil du die anderen Skins von Sigma alle langweilig findest. Ja, und der eine heißt ja Psyphapie oder so, der ist gruselig. Weil halt wirklich so der einzig schöne Skin, den ich von Sigma gesehen hab, ist halt das, dieses Maestro-Outfit. Aber den krieg ich nie wieder. Also, den kann ich nie wieder bekommen. Ja, aber mit dem fliegenden Holländer hörst du mal was anderes. Da fehlt noch die Spon-Frobsynchron-Stimme. Also. Okay. Wenn, dann musst du das schon richtig machen. Okay. Ja, mal sehen, welchen Skin der Sigma hat. Wahrscheinlich das neueste. Oh, Sigi? Nee. Anfängerding. Schade. Ja, dann fällt noch gar kein Skin vor dem. Ja, was haben die? Diva. Hanso. Mercy. Echo. Senato. Und Augusta. Ach komm. Ernsthaft? Fast so ziemlich dasselbe Team wie Vigo? Na ja, die haben es in der Tor. Und... Oh, Moment. Wo bist du? Oben? Unten? Au. Ich ist fast tot. Äh, Genji ist fast tot. Ah, das fand ich so drauf. Komm hier. Nee, ist klar. Die Diva wird von Dings geboostet. Von Mercy und... Oder Heini. Ey, das ist doch... Dreieck. Was? Ich hab jetzt Goldschalen gemacht. Oh, du hast mich überholt. Ich hatte vorher Gold. Ja, jetzt hab ich Silver wieder. Der Kampf ist doch nicht vorbei. Was macht unser Pöp-Test? Ich hab grad irgendwo da mit mir in der Ecke. Ich hab versucht. Was soll das? Lässt die Fracht in Bewegung. Ja. Deine Hände? Ist es da? Hat sie noch nicht gemacht? Wo geht es? Keine Wände. Ich weiß nicht. Ich hab ein Aufmerksamkeit. Ich bin mit euch. Da seid ihr sicher. Leistung verstanden. Dreif an. Ich fühle mich unaufwandbar. Das ist so viel aufregender als eine Cabana am Strand. Ja, weiter geht's. Aber, Frag. Also eigentlich müsste unser... ...undere Supporter was können. Okay, der Bruder schützt jetzt seine Leute mit seiner Ultis. Hör auf, mein Wetter ist gut. Wie die uns so einfach überrannt. Ja. Alter, könntest du dich mal entscheiden, welchen fucking DD du spielst? Danke. Wird jetzt schon zum dritten Mal gewechselt. Er ist neu. Warum will man, wenn man neu ist, unter dem DD machen? Na, keine Ahnung, mal die Helden austesten oder so. Und zu sehen, mit wem man am besten klar kommt. Kann mal jemanden anziehen? Nö, du, äh, wiederbelebst niemand, Merci. Scheiße. Alter, dieser scheiß Bruder-Heini hat's auf mich abgesehen, hat mich sofort wieder fokussiert. Was für den Parkplatz? Der Parkplatz hat sich nicht. Wie wär's, wenn wir das erste Mal sind? Aber das ist nie. Durchschreitet wie ihr es. Ich habe mich von Schlimmerem erholt Alter, wie interessant ist, wenn sie da auf mich raus geht Kickt euch Ja, gut, dass wir nicht Klar Ah, okay, der Tank und der Supporter gehören irgendwie zusammen Schau dir die Namen an von den beiden Ah, die sind gerade weggesprungen, das konnte ich gerade nicht mehr lesen Nexus, äh, Sepp heißt der andere, äh, eine und Nexus Didi der andere Also fast exakt den selben Namen hatten die beiden Willkommen in Oasis Bereiten Sie sich auf den Kampf vor Wählen Sie Ihren Helden Was? BRS Ich glaube, das heißt Gasolini Ich versuch's zu lesen, aber ich bin zu dumm dafür Ich auch, aber ich glaube, das heißt tatsächlich Gasolini Das sollte helfen Hallo alle Der Geist Wacht Vier Vier Drei Zwei Eins Und Eins Nehmen Sie den Ziel Ein Ich bin weit Oh, und die hat den hässlichen Skill von Nina Was auch immer daran hässlich sein soll Nein, 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 ihr wegreinigt Lass mich meinen Wecker holen, danke Ich hab ein Auto Manchmal könnte man wirklich meinen, die Hörner Nein, die war's fast tot Ich hab' der Kacke Sehr gut So Oh nein Ich hab' den Vater schon mal gekillt, bevor er einen Hinterhalt machen konnte Ach, Sarai von hinten Scheiße, Rheini hat mich von hinten gewummst Ne Firma Ja Sie bleiben der Linie treu, egal welcher Scheiß-Spieler dahinter steht Ich hab' die Schutze für die Erbarkeit Los Ich kräppel dich wieder Halt Position ein Das sollte helfen Wir sind noch Kero Kray Vielleicht noch still aktiv Ach, ich hab' die Schutze für alleine Wir sind noch Kero Kray Hm Guck'n wir tut allein ab Aber ... contact screen Es wird euch Die Sterbte schlafen, Dankger Ähm Ich bin heute auch irgendwie junto Was? Sie lebt noch den Mörber? Ne rein, schnell rein, die haben fast voll So rein, hier hab ich schnell draußen Achtung, Drunk hat von der Seite Ah, scheiße, wir haben mich wieder gequillt Auf den Weg What the fuck? Ich bin gleich da, ich bin gleich da Scheiße, ein Millimeter davor Ach, haben wir jetzt eine andere Idee? Ich hab am meisten Schaden gegen Helm gemacht Wie viel denn? 2500 2000 500 Ne, 2100 2150 Ah, nice, jetzt haben wir zumindest 300 Ja, fahren wir rein Verpiss dich, Affe! Oh Gott, mir war das Kacke und wird ja aufs Hinterhalt geworfen Oh Gott Der Ruhestand war sowieso nichts für mich Das wahre selbst ist ohne Form Okay, jetzt haben wir weiter Okay, jetzt haben wir weiter Alter, aber Diet ist wirklich das komplette Team auf Ein einzigen Sturz Unglaublich, und wir können gar nichts zu gehen machen Ja Ich bin nötige Hilfe Ich bin nötige Hilfe Ich bin nötige Hilfe Wir benötigen alle Für singing Ich bin nötig Wir sind nun auf alle um Klein Ich bleibe, wir sind hier Okay, anscheinend liegen jetzt die Gasolini mit besonders viel S. Ähm, anscheinend legen jetzt die Gs richtig los, weil jetzt bin ich nur noch raus. Au. Wann haben die einen scheiß Schwein? Die hatten vorhin eine Saria. Wow. Total zu still. Oh, wann? Sehr schön. Da hab ich mal einen guten Kill gemacht. Ah, da wo ich ständig dagegen geheilt habe. Vermutlich. Ah, und diesen Doppelkrill. Okay. Ja, da hab ich dich auf jeden Fall gebustet. Find ich gut. Komm. Und ich hab einmal Zusammenspiel bekommen. Heute mögen sie mich nicht. Ach, das wird schon wieder. Hä? Das wird schon wieder. Ach so. Ja, ja. Ich glaub ich brauch ne kurze Phase. Und noch der Merch. Aber den Stream mach ich euch jetzt aus. Ja. 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 Ja.